Jeden Tag müssen Tausende von Menschen ihre Heimat verlassen. Sie fliehen vor Kriegen, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen. Vor Armut und der Zerstörung ihrer Lebensgrundlage. Sie alle haben eines gemeinsam. Hoffnung. Hoffnung auf ein sicheres Zuhause, auf einen Neuanfang, auf eine sichere Zukunft. Ankommen bedeutet Brücken bauen und gemeinsam neue Perspektiven entwickeln. Perspektiven, auch für Deutschland, denn unser Land verändert sich. Zugegeben, die Ursachen des demografischen Wandels sind vielschichtig. Doch eines steht fest, wir werden immer weniger und gleichzeitig immer älter. Und das beeinflusst nicht nur zentrale Bereiche unserer Gesellschaft, sondern auch die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland, dem heute schon qualifizierte Fachkräfte fehlen. Ankommer Perspektive Deutschland ist ein Stipendium für Brückenbauer, dauert acht Monate, umfasst Coaching, Fachberatung und Workshops, sowie Coworking-Plätze in einem Social Impact Lab. Die besten drei Lösungen erhalten zudem 20.000 Euro Stabgeld. Ankommer Perspektive Deutschland wendet sich an Vordenker mit Weitblick, die mit innovativen Lösungen geflüchteten Menschen einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen. Ankommer Perspektive Deutschland ist für Engagierte, die handeln und neue Wege gehen, damit aus einem Willkommen ein Ankommen wird. Jetzt bis zum 11. Oktober 2015 bewerben.